Wissenschaft, Kunst Wissenschaft, Kunst Das Projekt von Brigitte Niedermeyer zum Thema Migration ist aus dem Eurakturm im Gemeindehaus Olang ins Pustatal gewandert. Am 26. März 2010 wurde die Fotoausstellung von der Bürgermeisterin von Olang, Anneliese Eichner-Schenk, eröffnet. Zusammen mit der EURAK-Kuratorin der Ausstellung, Anneli Bortolotti und dem Kommunikationsleiter des Museums, Roman Feichter. So Frau Schenk, heute haben wir die Ausstellung eröffnet. Wie fühlen Sie sich? Es ist sehr schön, dass wir hier in Olang diese Ausstellung zeigen dürfen, die ja im vergangenen Jahr in der EURAK, im EURAK-Turm ausgestellt war. Olang deshalb, weil ja die Fotos direkt hier vor Ort gemacht wurden. Ich freue mich über dieses Projekt insgesamt. Es ist ein sehr schönes Frauenprojekt, bei dem es gelungen ist, einheimische Frauen und Einwandererinnen zusammenzubringen, also sich näher zu kommen. Und ich denke, dass wir an dem jetzt einen guten Ausgangspunkt haben, daran weiterzuarbeiten. Dass wir uns hier als Gemeinde, als Bevölkerung von Olang mit dem Thema verstärkt auseinandersetzen. Wir möchten das Leitbild, das die Bezirksgemeinschaft Pustatal erstellt hat, eben auch vom Gemeinderat behandeln lassen, es aufnehmen und dann ganz konkret mit eigenen Arbeitsgruppen im Herbst weiterarbeiten. Es ist ein Thema, das uns alle bewegt und ich denke, es ist auch an der Zeit, dass wir uns auch hier in Olang, wenn die Einwanderung nicht so massiv ist wie in den Städten, aber immerhin haben auch wir 150 Frauen und Männer, die aus den verschiedensten Staaten eben hier nach Olang gezogen sind und auch das ganze Jahr über wohnen. Deshalb denke ich, ist es notwendig, dass wir das zum Thema machen und dass wir uns eben durch Integration, durch verschiedene Maßnahmen, ein Beispiel, Mami lernen Deutsch, das bereits in Olang durchgeführt wurde, auch erfolgreich durchgeführt wurde, eben dass wir uns dem Thema nähern und uns damit auseinandersetzen. So Herr Feuchter, Sie als Vertretung des Museums, was denken Sie von dieser Ausstellung? Also Museon ist sehr erfreut, dass wir es geschafft haben, eine bekannte Südtiroler Künstlerin, die das vor kurzem bei uns im Haus ausgestellt hat, auch hier im Bustertal mit einer eigenen Einzelausstellung den Leuten näher zu bringen. Es ist uns vom Museon eigentlich das wichtigste Anliegen, zeitgenössische Kunst südtirolweit zu fördern, es den Leuten hier vor Ort näher zu bringen, Kunst also greifbar zu machen, um damit auch den Dialog mit der Bevölkerung anzuregen. Mami lernen Deutsch wird durch Deutsch finanziert, oder? Ja, das ist ganz eine tolle Geschichte. Wir haben hier im Bustertal gestartet, vor ein paar Jahren ganz einen besonderen Kurs für Mütter, die auf anderer Seite keinen Zugang zu normalen Kursen haben, entweder weil sie kleine Kinder zu Hause haben oder weil sie eben aus kulturellen Gründen mit Männern nicht gemischt an Kursen teilnehmen können. Aber das ist so ein Pilotprojekt, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, irgendwie Gelder zu finden, minimale, ganz kleine Beiträge, die große Wirkung haben. Und da haben wir uns sehr, sehr, sehr gefreut, dass einfach mal dieses Projekt sich anknüpfen durfte an euer Projekt. Hier sind auch Frauen dargestellt, teilweise, die hier sich integrieren wollen über die Sprache. Und das hat sich sehr gut zusammengetroffen, dass einfach mal über diese Taschen, so ein bisschen Taschengeld wir bekommen haben, also wortwörtlich, also für dieses Projekt. Und ich glaube wirklich, also das wird sehr große Wirkung haben. Im Moment laufen in drei Dörfern, beziehungsweise in einer Stadt und in drei Dörfern im Bustertal solche Kurse. Und ich hoffe, dass auch mal in der Zusammenarbeit mit euch und von diesem Taschengeld dann auch mal weiterführen können, weil das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Danke nochmal. Danke dir, Edina. Die Taschen-Migart sind in der Eurag und in Museen erhältlich. Hallo Judith, also wie war dein Erlebnis, fotografiert zu werden von einer berühmten Künstlerin wie Brigitte Niedermeyer? Also normalerweise sehe ich mich als sehr photogene Person, aber ich war überrascht, wie gut, dass es gelungen ist. Und vor allem faszinierend finde ich die Zusammenstellung von den Doppelporträts, finde ich sehr gelungen, ja. Also im Allgemeinen bin ich positiv überrascht. Also im Allgemeinen bin ich positiv überrascht.